Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Ihr habt uns Fragen auf Instagram gestellt und die beantworten wir heute. Wir haben schon mal so ein Video gemacht, wo wir Fragen beantworten. Das verlinke ich euch beim i und in der Infobox. Es gibt nämlich viele Sachen, die ihr gefragt habt in dem Instagram-Fragen-Tag, die wir schon beantwortet haben. Ah ja, Lorenz kennt die Fragen nicht. Ich habe die gestern rausgesucht und... Ich kenne nur die Fragen, die nicht ins Video gekommen sind. Was macht Lorenz jetzt, wo er seinen Abschluss hat? Ich habe den noch nicht. Das stimmt. Ich habe die Frage rausgesucht, weil ich mir dachte, ich möchte euch gerne mal updaten zu dem, was die momentane Lage bei uns ist und was ansteht. Ich habe jetzt meine Matura-Prüfungen im Mai und Juni. Im Juni habe ich dann auch die Zeugnisvergabe. Dann bin ich fertig mit der Schule und weil ich österreichischer Staatsbürger bin, habe ich in Österreich eine Wehrpflicht und muss deswegen entweder für sechs Monate zum Bundesheer oder neun Monate einen Zivildienst machen. Und ich werde einfach neun Monate lang meinen Zivildienst in einem Altenheim ableisten. Ja, also das Lustige ist halt, dass wir eigentlich dann beide gar nicht darauf eingestellt waren. Voll, ich hatte gar keinen Bock drauf. Lorenz dachte ja, weil er aus Deutschland kommt, dass er die Wehrpflicht nicht hat. Also man muss auch dazu sagen, wenn man 18 ist, beziehungsweise in dem Jahr, wo man 18 wird, bekommt man normalerweise als österreichischer Staatsbürger dann halt eben so einen Stellungsaufruf. Und den habe ich halt eben nicht bekommen, obwohl ich auch mit 18 schon meinen Hauptwohnsitz in Österreich hatte und alles. Aber ich wurde halt einfach vergessen. Ich war einfach nicht existent. Ja, und so ehrlich wie du bist, hast du halt einfach mal nachgefragt. Ich war einfach dämlich und habe nachgefragt und dann haben die ja eben raus... Dämlich würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Ja, ich finde es jetzt im Nachhinein, anfangs hat es mich ein bisschen gewurmt, aber mittlerweile finde ich sie eigentlich sogar ziemlich nice. Ich freue mich schon voll auf die Arbeit. Und ich meine, ich habe dann für neun Monate ein fixes Einkommen, bin über den Staat versichert und von dem her eh voll top. Voll, und da kannst du dich mal ein bisschen eingrooven. Weil das Nächste, was nicht ansteht, Lorenz, zieht hier ein, weil er erstens mal hier angemeldet sein muss für den Zivildienst. Und weil wir eh eigentlich schon länger fix zusammenziehen möchten. Ja, und eigentlich wohne ich eh seit November hier. Ja. Also ich war seit November, glaube ich, wenn man es hochrechnet, zwei Wochen bei meinen Eltern. Ich glaube, das zählt jetzt, dass man fünf Monate... Ja, das heißt, eigentlich wohnst du schon hier. Wir schreiben nur den Wohnzimmer. Die Formalitäten regeln wir dann auch mal. Und ich muss das auch dann mal meinen Eltern noch beichten. Genau, und... Hoffentlich vor dem Video. Und was wir dann... Also bei mir ist halt, ich mache gerade eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin nebenbei, also neben meinem Influencer-Job und habe meine Prüfung im Juni. Und da werden wir ziemlich ähnlich fertig. Und ja, während ich dann halt fertig Kräuterpädagogin bin und im Sommer alles Mögliche mache... Ja, du schreibst deine Diplomarbeit dann. Mache ich meine Diplomarbeit, während Lorenz halt im Altenheim aushilft. Und jo, wenn er dann fertig ist, dann... Ja, dann steige ich in Janas Business ein. In dein Business. Ich steige in dein Business ein. Also in die Business-Richtung. Ich habe ja vor, dass ich mich auch quasi selbstständig über Social Media mache. Und ja, wäre da wahrscheinlich auch wert, dass seit dem Altenheim und sowas schon nebenbei ein bisschen was machen. Aber ich meine, du hast ja vorher eigentlich schon die ganze Zeit gemacht. Also nicht, dass die Leute jetzt glauben, dass du nur wegen mir... Nein, also ich... Weil du hast ja vorher auch schon in Instagram-Stories geredet und Modeljobs gemacht. Ja, also es macht mir halt eh schon seit Jahren furchtbar Spaß. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich eine Freundin gefunden habe, die genau das macht. Mit der ich das dann auch zukünftig gemeinsam machen kann. Und deswegen, ich habe einfach Bock, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und damit da zukünftig auch mein Geld verdient wird. Das wäre extrem nice. Also da schließt dann auch gleich die nächste Frage an. Habt ihr ungefähr die gleichen Zukunftspläne? Wenn ja, welche habt ihr? Ich habe eine Vision. Also wir haben halt... Das ist halt auch einer der fettesten Gründe, warum unsere Beziehung so geil läuft. Weil wir einfach die gleiche oder ähnliche Zukunftsvisionen und Einstellungen und Einstellungen zum Leben und Stuff haben. Und die Zukunftsvisionen bei mir zum Beispiel. Ich möchte unbedingt aufs Land ziehen. Ich möchte unbedingt halt voll arg ländlich wohnen. Mir da selber Sachen anbauen. Ich hätte gern Obstbäume. Ich möchte Kinder kriegen. Und alles, was dazu gehört. Vielleicht noch einen Bach in der Nähe. Oder halt voll naturbewusst leben. Ja, und im Endeffekt, das schließe ich mich einfach nur an. Da bin ich auch voll mit dabei. Ich will auch später sehr viel selber machen. Weil, also ich habe dann ja im Endeffekt eine fertige Ausbildung zum Bauingenieur. Ich hätte es jetzt ja nicht fünf Jahre gemacht, wenn es mir nicht auch irgendwie Spaß machen würde. Und da schneidet das halt eben voll mit rein. Und dann, ich will da auch später dann viel selbstständig machen. In unserem eigenen Haus dann zum Beispiel. Eigene Sachen umbauen. Ja, oder dass wir zum Beispiel, also wir hatten auch schon irgendwie so eine Vision, dass wir vielleicht eine Mühle, eine alte kaufen oder irgendein Bauernhaus oder irgendwas und das dann renovieren. Und das wäre halt, also dann spielt jetzt halt das andere mit rein. Das wäre halt erstens nice content und zweitens wäre das für mich voll die Selbstentfaltung und voll die Selbstverwirklichung. Weil mir das sicher voll viel Spaß machen würde. Ich mache den Garten. Und Jana macht den Garten, genau. Ich mache so das ganze Haus und Jana macht draußen den Garten. Also ich habe auch vor, dass ich dann, wenn wir ländlicher vielleicht irgendwann wohnen, euch ganz viel Content in die Richtung mache. Aber davor, also wir müssen auch erstmal irgendwie Geld ansparen, um das irgendwie ermöglichen zu können. Das heißt, wir haben die nächsten Jahre sowieso vor, erstmal zu arbeiten und gemütlich zu leben in dieser Wohnung hier und so. Gemütlich zu leben, Content zu produzieren. Und vielleicht noch einen VW-Bus kaufen und mit dem so Österreich bereisen und so Sachen. Also wir würden euch da dann einfach mal mitnehmen. Also das ist auch schon ein jahrelanger Traum von mir. Ich möchte mir irgendwann mal so einen Bus kaufen. Das ist vielleicht eh sogar schon nächstes oder übernächstes Jahr. Ich will mir so einen VW-Bus kaufen, so einen alten und den dann ausbauen, dass wir da einfach dann an den See fahren können für zwei, drei Tage oder irgendetwas in die Richtung. Ich fände das so nice. Ist halt auch mein Traum schon lange. Und auch so zum Beispiel, ich habe ja auch vor zwei Jahren so viel geredet über das Thema Tiny Houses und so. Das ist auch ein Thema, was ihn voll interessiert. Das Thema Minimalismus, was uns beide interessiert. Das Easiest ist, dass wir gemeinsam wohnen einfach. Habe ich gerade nur Diplomarbeit drüber geschrieben. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr. Ungefähr. Ungefähr. Lügt doch nicht. Fast ein Jahr. Lügt doch nicht. Seit 9. Mai sind wir zusammen. Ja, wir sind elf Monate zusammen. Fast. Ja, so ein Jahr. War euer Altersunterschied Thema? Wie denkt ihr darüber? Also Jana hat ja eh schon öfters auch zu mir gesagt, dass wenn ich nochmal ein oder zwei Jahre jünger gewesen wäre, dann hätte ich auf Tinder auf jeden Fall nicht gelacht. Ja, wie denn auch? Also das geht ja halt gar nicht. Also wie wir zusammengekommen sind, warst du 20? Ne, 19. Ah ja, 19. Ah ja, 19. Ich war... Ich war... Ich war 24, oder? Ja, du warst 24, ich war 19 und Jana war halt so, siehst du das Alter, 19, da ist noch ein 1er vorn dran. Ähm, ja, aber ich glaube... Creepy! Ja, und mir hat das halt... Das klingt jetzt komisch, aber mir hat das halt voll getaugt, weil ich mir halt gedacht habe, ähm... Ich habe halt auch das Gefühl gehabt, dass ich, ähm, eine Frau gebraucht habe, die halt eben schon ihre eigene Wohnung hat und die halt eben schon mitten im Leben steht. Ich habe das einfach gebraucht, dass ich so eine selbstständige, starke Frau habe. Oh... Und deswegen... Ja, aber, ähm, zurück zur Frage. Wir haben fünf Jahre alt, das Unterschied, und im Endeffekt haben wir am Anfang, vielleicht in den ersten paar Wochen uns Gedanken darüber gemacht, aber seitdem ist das Thema... Ja, ich... Ist irgendwo klar. Äh, seitdem ist das Thema abgefrühstückt, und uns interessiert das halt gar nicht mehr. Abgefrühstückt? Ja! Okay. Und, keine Ahnung, also das fällt halt überhaupt uns nicht auf. Äh, wollt ihr mal Kinder haben? Wenn ja, wie wollt ihr sie ernähren? Ähm, ja, grundsätzlich ernähren sich meine Kinder genauso, wie ich mich ernähre. Ähm... Sind die schon da? Nee, also das ist sowas, was ich mir für die Zukunft vornhe. Meine Kinder werden sich einfach so ernähren, wie ich mich ernähre, ja, und weil ich eh der Meinung bin, dass das ziemlich gesund ist, ziemlich ausgewogen. Und wenn sie dann irgendwann später sagen, sie wollen sich anders ernähren, dann mach ich das genau, wie meine Eltern das für mich gesagt haben. Dann ist das die Entscheidung von meinem Kind, und dann fertig. Ja, toll. Do whatever you want. Ja. Ich werde jetzt nicht meinem Kind vorschreiben, so wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sohn habe, der 14 ist, und der sagt, hey, Papa, ich würde einfach auch mal gerne mit meinen Klassenkollegen zum McDonalds gehen und das probieren, dann würde ich halt niemals sagen, so, was, bist du eigentlich komplett bescheuert, bist ein Veganer, hallo? Nicht. Nicht? Nee, aber es wird halt nie ein omnivorer Mensch gefragt, wie er mal seine Kinder ernähren möchte, aber bei Veganern halt immer. Ich finde es halt einfach komplett logisch, dass die Kinder so ernährt werden, wie die Familie sich ernährt. Ja. Also Antwort auf die Frage, gesund, intuitiv, vegan. Und Kinder ja. Ich habe neulich einen Traum gehabt, dass wir Drillinge bekommen, da habe ich geträumt, dass wir drei Jungs bekommen, und das habe ich dann Jana erzählt, und sie so, also für mich wäre das ein Albtraum. Ja, es ist halt sicher voll viel Arbeit, ne? Also, Albtraum, sag das nicht zu laut, vielleicht passiert es wirklich. Ach, ich würde es so feiern, ich würde es so feiern. So, welches Sternzeichen hat Lorenz? Ja, ich bin Krebs. Ich bin auch Krebs zum Sternzeichen. Glaubt ihr daran, für was eure Sternzeichen stehen? Ich halte extrem, also ich glaube da extrem daran, weil alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die vom Sternzeichen Krebs sind, sind ähnlich in ihren Eigenschaften. Und das finde ich so lustig, weil voll viele Influencerinnen, die ich kenne, auf Instagram, die so Sachen in die Richtung machen wie ich, da sind voll viele davon Krebs vom Sternzeichen. Ist so. Und dann kommst du, du ähnelst mir extrem, bist auch Krebs vom Sternzeichen. Das muss, was heißt denn? Ich glaube, du darfst dir so viel sagen, dass wir uns so viel ähneln, weil sonst schreiben die Leute wieder, dass wir Geschwister sind. Ach nee, bitte nicht. Also ja, ich glaube da voll. Also meine Ansicht ist halt eben die, ich kann sagen, dass ich mich gut mit meinem Sternzeichen identifizieren kann, weil es halt voll meinen Charakterzügen entspricht, aber ich würde niemals eine Person aufgrund ihres Sternzeichens beurteilen oder sowas. Also wenn jetzt jemand vor mir steht und, also ich stelle halt auch nie die Frage, so keine Ahnung, so, wann hast du Geburtstag? Und dann so, ja am 22.03. Und dann so, okay, passt, du bist ein Wassermann oder keine Ahnung was. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Sternzeichen ist. Aber, und dann so, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben, keine Ahnung. Hattest du früher Probleme, deinen Körper zu akzeptieren? Wenn ja, was hat dir geholfen? Älter werden, reifen. Ich weiß nicht. Also, bei beiden ja. Ich hatte, ich hatte arge Probleme mit meinem Körper. Ich hatte, ich glaube das hat angefangen, als ich halt so 14 war, im argen Wachstumsschub hatte und dann war ich so 1,80 Meter groß und hatte so gut 50 Kilo. Und das war ich halt extrem mager und weiß nicht. Und dann habe ich auf Social Media immer so diese Typen gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, da muss ich auch so werden. Die waren halt nicht so groß wie ich, aber hatten halt nicht 50 Kilo, sondern 80 und hatten so den, so Tim Gabel mäßig, so einen Bizeps. Und ich weiß nicht, dann hatte ich halt eben voll die Komplexe und alles, weil man überall meine Rippen gesehen hat und habe halt eben deswegen auch viele blöde Kommentare bekommen. Mittlerweile, ich bin einfach zufrieden mit mir selber. Ich lasse mich dadurch halt eben einfach nicht mehr beeinflussen. Ja, also du sagst einfach, dass reifer und älter werden hat dir geholfen. Also bei mir ist es so, dass ich auch meine gesamte Jugend lang voll mit mir gestruggelt habe. Das habt ihr aber eh alle mitbekommen bei den Videos, die ich gemacht habe. Ja, ich habe halt auch Videos zur Essstörung und alles mögliche gemacht. Ich habe auch in meinem Buch intensiv darüber geschrieben und auch darüber, was ich alles so gemacht habe. habe, aber ich glaube, dass bei mir das meiste geholfen hat, dass ich einfach viel Zeit mit mir alleine verbracht habe, Gefühle viel zugelassen habe und in mich reingehört habe, getanzt habe auch viel, also weil man damit verbindet man sich ja viel mit seinem Körper, bekommt ein Körperbewusstsein, also intuitiv halt getanzt habe. Und dass ich mich viel auch mit dem Thema Ernährung, Natur, Körperbewusstsein halt einfach auseinandergesetzt habe. Also überhaupt mit dem Thema Natur, weil ich mich halt einfach als Teil des Ganzen sehe und auch Thema Dankbarkeit, dankbar für alles bin, was mein Körper mir gibt, für meine Beine, dass ich gehen kann, für meine Hände, dass ich was anfassen kann und so Sachen. Ja, also sowas in die Richtung, hat mir alles viel geholfen. Wie geht es euch, seid ihr zufrieden mit euch selbst und habt ihr den Drang, euch verbessern zu wollen? Die Frage habe ich rausgesucht, weil voll viel, voll viele, also das habe ich zum Beispiel auch immer geglaubt, dass es ein Widerspruch ist in sich selbst, im Moment zufrieden zu sein und sich gleichzeitig verbessern zu wollen. Ja. Ja. Ist es halt nicht. Nee. Ja. Dachte ich aber sehr lange. Ich dachte immer, ich muss zufrieden sein mit dem, wie es jetzt ist oder mich ständig verbessern. Und ich habe nie daran gedacht, dass beides einfach gleichzeitig stattfinden soll. Ich habe halt das auch so eingeträchtet bekommen, irgendwie immer so, dass man sich immer verbessern muss und es geht immer noch mehr und es geht immer noch einen Schritt weiter und bla bla bla. Ja. Aber halt einfach mal stehen zu bleiben und zu sagen, eigentlich ist alles nice an mir. Ich glaube, es geht auch einfach darum, dass das Leben daraus besteht, im Moment zu leben und gleichzeitig zu lernen und zu wachsen. bezieht einfach. Ja. Streitet ihr auch? Also ich glaube, wir hatten gestern unseren ersten Streit. Also warte mal, darf ich was vorwegnehmen? Ja. Der Grund, warum wir, also wir sind jetzt ungefähr ein Jahr zusammen und der Grund, warum wir kaum streiten, ist, dass wir einfach von vornherein sehr viel miteinander geredet haben, sehr viel schon über unsere Gefühle, unser Inneres preisgegeben haben gegenseitig und voll darauf achtnehmen, was der andere braucht und so weiter und so fort und wenn ich, zum Beispiel, wenn schon in mir das Gefühl aufkommt, irgendwie ist in mir was gereizt, so das passt irgendwas nicht, es ist eine Blockade, dann sprechen wir das halt, also ich spreche das dann direkt an, das machst du eigentlich auch. Wir haben halt, wir haben halt so gleich von Anfang an schon sehr viel darüber geredet, was uns sehr schnell reizt und sagen, und wenn uns was reizt, dann sagen wir halt auch gleich, hey, sorry, aber mich reizt es gerade wegen dem und dem. Ja, also wir erklären uns gegenseitig, uns selber, voll viel und dadurch entsteht halt so gut wie nie ein Streit und vorgestern, gestern, das war gestern, aber halt auch, also war unser erster Mikrostreit, also das war jetzt auch kein, das war jetzt auch kein Streit im Sinne von, wir haben uns angestrehen oder irgendwas, sondern das war halt einfach, ich habe mir, ich habe mir Kelloggs gönnt und habe mir ein bisschen, habe ein bisschen zu viel Milch reingetan, dann war keine, fast keine kühle Milch mehr da für Jana und sie wollte halt eben auch noch was essen davon und dann, keine Ahnung, das war dann, ja, ein, zwei Minuten mal kurz ein bisschen so gegenseitig ein bisschen sticheln, aber währenddessen haben wir uns beide gedacht, warum machen wir das jetzt eigentlich gerade? Aber das Ding ist, dass wir halt, also beide in vorherigen Beziehungen oder mit anderen Leuten gelernt haben, wie man am klügsten kommunizieren kann, ohne sich gegenseitig zu verletzen oder unnötig Zeit zu verschwenden so und ja, deswegen auch wenn jetzt so ein Streit zum Beispiel vorkommt, dann lösen wir das halt direkt, weil wir beide extrem daran interessiert sind, Dinge zu klären und harmonisch zu leben und wenn wir halt so vor Aufgaben gestellt werden, also wir verschweigen jetzt nichts nur um den Friedenswillen, sondern wenn wir Aufgaben gestellt werden, dann lieben wir das beide oder ich zumindest extrem an diesen Sachen zu wachsen miteinander, so. Ja, also das ist halt, wenn jetzt zum Beispiel was wäre, was halt eben einem von uns beiden nicht passt, dann ist es nicht, dass wir das in uns rein stauen, bis dann irgendwann halt einfach das mal ausbricht und wir dann halt eben voll laut streiten oder so, also wir sind glaube ich noch nie laut geworden miteinander und, sondern das ist dann eher so, dann nehmen wir uns dann einfach die Zeit und dann setzen wir uns hin und dann heißt es halt eben so, ja, hey, können wir einfach kurz über was reden, mir liegt da was auf dem Herzen und dann reden wir einfach drüber und der andere Part hört dann einfach zu und wenn was nicht klar ist, dann heißt das einfach, okay, ja, aber warum ist es leichtwürdig so? Voll, es ist alles mit dem Ziel, sich gegenseitig verstehen zu wollen, also ich will ja verstehen, was ihn verletzt und... Das ist ein Harmoniebedürfnis einfach. Ja, genau. Ich will verstanden werden und ich will mein Gegenüber verstehen und deswegen, ja, klappt das. Wird funktioniert. Ja, habt ihr Tipps für eine glückliche und unbeschwerte Beziehung, also wir sind jetzt nicht nonplusultra-Gurus oder irgendwas, aber das, was wir gerade gesagt haben, ist eigentlich eh schon meiner Meinung nach das Hauptding. Wenn man jetzt von außen hin keine großen Probleme hat, wie, keine Ahnung, dass man sich gerade arg mit der Familie zerstreitet oder dass man... Oder finanzielle Probleme hat. Oder arge Geldprobleme hat oder Wohnungssuche oder irgend sowas, sondern man sich wirklich auf die Beziehungsebene alleine konzentrieren kann, dann halt einfach Kommunikation. Ja, weil es gibt halt viele Faktoren auch, wie du gesagt hast, von außen, weil zum Beispiel ich merke es bei uns, wenn es eine Phase ist, wo wir beide eher weniger Zeit haben für tiefgehende Kommunikation, zum Beispiel, weil es gerade stressig bei dir in der Schule ist oder so. Dann kommen eher Reibungspunkte, als wenn wir halt voll die ganze Zeit Zeit haben, über unsere Gefühle zu reden. Alles voll zu reden, genau. Und ja, im Durchschnitt ist es halt einfach so, dass die meisten Leute durchgehend in der Arbeit sind und am Abend dann gar nicht mehr die Kraft haben, voll viel zu reden. Und das ist, glaube ich, so der Dreh- und Angelpunkt für das, warum viel gestritten wird. Das Reden darf man auch nicht unterschätzen, also das ist halt eben eh wirklich manchmal ein bisschen so ein Kraftaufwand, ein bisschen kräftizieren, weil es halt schon auch tief Ja, sicher, das kostet halt Energie. Ja, eben. Wie gesagt, ja. Also wenn man einen Abend heimkommt von einem anstrengenden Tag, dann ist er fast fast nicht mehr drin, seine Gefühle offen zu legen. Also sagen wir so, wenn du jetzt einen Tag alleine daheim bist und ich bin an einem Tag zwölf Stunden unterwegs wegen der Schule und komme dann heim, dann habe ich auch absolut keinen Nerv mehr dafür, dass ich mir irgendwas anhöre von wegen irgendwas. Ja, also meine Antwort auf die Frage wäre, sich Zeit füreinander nehmen und nichts verschweigen. Also offen zu reden, rauszusprechen, was einem auf dem Herzen liegt. Ich liebe deine Kräuterideen und Rezepte. Kommt da noch mehr? Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich dann die Ausbildung fertig habe und immer mehr dazulerne, ich meine, ich zeige euch ja jetzt schon andauernd Sachen, aber je mehr ich dazulerne, desto mehr werde ich euch auch über die Natur erzählen. Das ist ja auch der Grund, warum ich diese Ausbildung mache, weil ich so für dieses Thema brenne, dass ich das in die Welt rausschreien will und deswegen werden da viele Sachen kommen. Wie steht dir, da halten wir uns jetzt aber kurz, wie steht dir zum Thema Homöopathie und Naturheilkunde oder doch eher Schulmedizin? Darf ich das machen? Gerne. Kannst du noch dazu sagen? Schulmedizin finde ich sehr wichtig, weil es einen großen, wichtigen Teil übernimmt, was sicher von Naturheilkunde nicht abgedeckt werden kann. Also ich für mich als meine Person schließe Schulmedizin auf keinen Fall für mich aus. Aber ich möchte so viel, wie das geht, an meine hauseigene Kraft meines Körpers glauben, dass der viel heilen kann und halt einfach meine Ernährung als Medizin sehen, Kräuter als Medizin sehen und auch Gedankenkraft als Medizin sehen, also in die Richtung. Aber wie gesagt, Schulmedizin auf keinen Fall verteufeln oder ausschließen oder so. Also zum Beispiel jetzt, was so was angeht wie, ich habe Kopfschmerzen, nehme ich gleich eine Brausetablette, die wir alle kennen. Nee. Und wir haben auch keine Apotheke zu Hause, also wir haben auch keine Hausapotheke. Keine Hausapotheke. Seit Jahren nicht, also seitdem ich ausgezogen bin von meinem Elternhaus, habe ich keine Medikamente zu Hause und habe auch so gut wie keine gekauft. Also vielleicht da mal eine Salbe oder da mal eine Tablette. Ja. Aber sehr selten irgendwas. Welche Eigenschaften des anderen bewundert ihr am meisten? Ja. Okay, am meisten die Offenheit. Ich glaube, würde es diese Offenheit und dieses, dass wir einfach über alles reden können, nicht geben, dann würde unsere Beziehung auf jeden Fall so nicht funktionieren. Ja. Und das auch einfach ganz offen mit allen möglichen Themen, auch wenn das für manche Leute unangenehme Themen wären, einfach herkommst zu mir und sagst, das ist für mich so und mir das auch teilweise, auch wenn das mal für mich ein bisschen unangenehm ist, mir das dann einfach sagst, ich glaube, das bewundere ich am meisten, weil das natürlich auch immer wieder mal Überwindung kostet. Ja. Aber das ist mir auch voll wichtig, weil es soll keine Themen geben, wo du dich irgendwie schämen sollst, die Familie anzusprechen, weil ich will das ja für mich auch nicht. Ja. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten bewundere. Oh. Das ist richtig. Ja, also das wäre auch eins von den Dingen, die ich genannt hätte. Und ansonsten halt einfach, dass du so aufmerksam bist und so empathisch bist. Und auch sehr schlau bist. Ja, ist halt meine Einschätzung. Ja, aber ich bin halt da eher so, dass ich in den Momenten, wo ich gerade was merke, was mich gerade voll berührt, weil ich das so schön an ihm finde, dann sage ich das in dem Moment immer direkt. Voll. Ich hatte auch eigentlich schon jetzt des öfteren Momente, wo ich ihm gesagt habe, was ich an angefangen habe zu heulen, weil das so ein schöner Moment war. Probiert das echt mal aus. Also wenn ihr in dem Moment seid, wo ihr euch das so denkt, also falls ihr in einer Partnerschaft seid und euch so ein Moment passiert, wo ihr euch so denkt, boah, mein Partner ist einfach nur so toll und schön und so, dann sagt ihm das einfach direkt. Wie gestaltet sich die Aufgabenteilung im Haushalt? Intuitiv. Kieran macht das, was er macht. Ja, das, was gerade ausfällt, dass es schmutzig ist für jemanden, das wird einfach sauber gemacht und fertig. Also eigentlich flowt das relativ gut. Also wenn, keine Ahnung, zwei Jahre neulich für einen Tag war ich da und ich habe mir einfach dann gedacht, ich könnte eigentlich mal wieder die Wohnung putzen und habe die Wohnung geputzt. Also das ist jetzt nicht so, dass wir reden da halt nicht drüber. Das ist halt... Wir wollen einfach beide eine saubere Wohnung haben und deswegen machen wir das einfach ein Pferd. Das ist auch mit der Küche machen oder sowas, das ist halt... Das macht immer derjenige, der gerade Bedürfnis hat, dass das sauber ist, oder? Ja. Und dann ist eigentlich ziemlich immer alles sauber, weil so groß ist die Wohnung jetzt auch nicht, dass da jetzt so viel zu tun wäre. Und wenn man minimalistisch eingerichtet ist, dann ist es sowieso easier. Und ja. Wie handhabt ihr das Thema Me-Time? Hey, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ja, voll. Also das sprechen wir auch einfach an und ich habe ja voll lange alleine gewohnt. Also ich war es vor der Beziehung eigentlich voll gewohnt. Vier Jahre oder so? Ne. Also vorher habe ich ja mit Michelle... Zwei Jahre circa war ich ganz alleine in der Wohnung. Da bin ich voll dran gewohnt einfach. Und darum habe ich ab und zu mal... Also es wird immer seltener so Phasen, wo ich mir so denke, jetzt wäre ich gern wieder für ein paar Tage ganz alleine. Und dann fährst du zu deinen Eltern oder keine Ahnung. Dann habe ich mal Unterricht. Du bist alleine in der Wohnung. Dann hast du Unterricht. Ich bin alleine in der Wohnung und wir haben schon unsere Me-Time. Und wenn ich alleine was mit Freundinnen machen will, dann mache ich das. Und wenn du alleine was mit Freunden machen willst, machst du das. Voll. Wie geht ihr in der Beziehung mit Geld um? Ja, ich habe hier eine Schugamami. Okay. Was soll das denn heißen? Spaß. Na dann beantworte ich das jetzt auch, okay? Ich bin ein Toyboy. Jetzt hörst du aber auch. Okay, Spaß. Das ist wirklich nur ein Witz. Du denkst das schon wieder auf einer Ebene, die nicht richtig ist. Durch das Ding, dass wir halt einfach gemeinsame Ziele haben und schon sehr sicher sind, dass wir die Ziele gemeinsam umsetzen wollen. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, wo ich überhaupt noch keinen Plan hätte, dann würde ich das schon eher so aufteilen, dass wir sagen, jeder zahlt so sein Ding und wir spalten alles in der Mitte. Jeder teilt die Hälfte. Aber so eine Beziehung würde ich wahrscheinlich eigentlich sowieso nicht mehr führen. Aber so wie das halt jetzt ist, Lorenz geht noch zur Schule, er verdient halt noch sein eigenes Geld nicht. Ganz einfach. Ich habe halt einfach noch kein fixes Einkommen, deswegen kann ich halt einfach noch nicht so mit tun wie Jana. Und ich habe sowieso schon die Wohnung, die ich schon die ganze Zeit zahle. Und das ändert jetzt nichts, ob er hier auch drin wohnt oder nicht. Und ich bin halt selbstständig seit sechs Jahren oder so. Deswegen ist es momentan halt einfach so, dass ich halt die Kosten für die Wohnung und so übernehme. Aber wenn dann halt Lorenz auch verdient, dann teilen wir das halt auch. Also ich habe auch schon gesagt, wenn ich dann meinen Zivildienst mache, also jetzt momentan ist es halt auch so, dass ich zwischendurch halt einfach mal so Kleinigkeiten übernehme. So wenn wir zwischendurch mal kurz was zum Essen einkaufen gehen oder sowas, dann übernehme ich das halt einfach auch gerne mal. Und wenn... Alles klar, Müll. Wenn ich dann den Zivildienst mache, dann habe ich ja schon meinen ersten fixen Lohn und ich habe eh gesagt, dass ich dann davon einen gewissen Anteil werde ich dann Jana überlassen. Einfach weil ich da auch was mit beisteuern will. Ja, aber wenn man das dann halt auf ein ganzes Beziehungsleben auslegt, dann ist es halt minimal, als ob ich jetzt in diesem Jahr die Wohnung bezahlt habe oder so oder whatever. Das interessiert halt einfach nur. Also derjenige, der es gerade hat, der investiert und fertig, oder? Ich glaube, sobald man dann mal irgendwann gemeinsam ein Haus hat oder gemeinsam Kinder hat, ist es dann eh komplett egal, wer was zahlt. Also... Ja. Der, der kann... Der, der kann... Ja. Der, der kann und gerade will, der macht halt gerade. Der hat, der hat, ne? Ist dir das Verhalten von Lorenz manchmal zu kitschig? Blödsinn. Blödsinn. Ich stehe so hardcore drauf, dass Lorenz so romantisch ist. Das hatte ich vorher noch nie. Und ich würde das never ever als kitschig... Ich meine, ich habe gestern in der Story gesagt, oh, wie kitschig. Aber in mir drin empfinde ich das nicht als kitschig. Was aus meinem Mund rauskommt, ist manchmal auch kitschig. Aber in mir drinnen ist das genau das, was ich will. Ein bisschen kitsch ist eh ganz schön zwischendurch. Ich will das. Ich will das. Bitte schneide mir Herzen aus Champignons. Was waren eure ersten Eindrücke, Gedanken voneinander? Mein erster Gedanke war tatsächlich einfach, boah, die will ich. Wirklich? Ja, tatsächlich. Also... Die will ich. Die hol ich mir. Die soll mir gehören. Nein, Spaß. Aber... Die hat mir einfach gefallen. Wie siehst du das? Wie siehst du das denn? Also so genau weiß ich nicht mehr. Der erste Gedanke war, boah, ist der jung. Ja, also... Ja, aber das wusste ich halt schon, wenn ich das Tinder-Profil gesehen habe. Also reden wir jetzt gerade von Real Life oder... Real Life, ja. Ja, okay, da ändert sich hier nichts. Ja. Aber bei Real Life, also bei Tinder-Profil dachte ich mir auch so, boah, das ist einfach das Puzzleteil. Also das, was noch fehlt bei mir irgendwie. Und bei Real Life dachte ich so, das ist ein richtiger Rowdy. Da weiß ich noch nicht. Da weiß ich noch nicht, ob mir der nicht zu wild ist. Weil da hatte der halt so viele so Ringe auf den Händen. Gleich viele wie jetzt. Und das sah mir zu wild aus. Ich wusste nicht. Ich musste erst einschätzen. Ist der wirklich so lieb, wie er tut? Oder ist das ein Wilder? Ich bin ein Wilder. Ein Wilder. Haltet ihr es für realistisch, dass ihr bis an euer Lebensende zusammen seid? Das ist jetzt halt voll arg vorausgegriffen. Aber realistisch finde ich es, ja. Und das könnte auf jeden Fall möglich sein. Könnte möglich sein. Würde mich freuen. Mich auch. Das war weird. Boah. Wie sieht Lorenz mit kurzen Haaren aus? Hast du ein Foto, das ich einblenden kann? Ich habe sicher ein Foto. Dann schick mir das nachher. Das blende ich dann ein. Tipps für eine Tinder-Bio, die die richtige Person anzieht? Ähm. Weil wir haben uns ja über Tinder kennengelernt. Und nur deswegen, weil wir so, also ich, so ein extrem fleekes Tinder-Profil hatten. Man muss ja dazu sagen, Jana hatte halt in ihrer Tinder-Biografie ihre komplette Persönlichkeit. Sie hat jetzt quasi wie so ein Steckbrief drin, was sie für einen Typen sucht. Also ich würde empfehlen, nicht der Masse gefallen zu wollen mit eurem Tinder-Profil. Also falls ihr das überhaupt verwendet. Nicht der Masse gefallen zu wollen, sondern eure Persönlichkeit in dem Profil wiederzugeben, dass die eine Person euch finden kann. You know. Am Ende ist es ja auch vollkommen irrelevant, wie viele Matches man kriegt. Weil es muss ja nur ein gutes dabei sein. Es muss ja nur das Match dabei sein. Ähm. Hätte Lorenz dich auf Tinder auch gematcht, wenn du noch die alte Jana von vor 4-5 Jahren wärst? Ey, ich hätte einfach sowas von weggeswipen. Ich hätte gesagt, weg mit der. Es tut mir wirklich leid, aber nee, gar keinen Bock. Also vor 4-5 Jahren, wie Jana damals war, das ist so genau das Gegenteil von dem, was ich gesucht habe. Ja, und auch genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin. Also eigentlich eine Person, mit der ich mich nicht gerade abgegeben hätte. Ja, ich jetzt auch nicht mehr. Also das klingt... Things change. Das klingt ein bisschen gemein, aber... Nee, wieso ist es halt einfach so? Passt. Vor 5 Jahren hätte ich dich ja auch nicht genommen. Ja, vor 5 Jahren war ich 15. Ja, siehste. Das waren alle Fragen. Das waren alle Fragen. Ja, das waren alle Fragen. Super Abschluss. Das ist schon mega lang geworden, das Video. Ähm, dann wünsche ich euch nochmal einen wunderschönen Tag. Und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video. Machst du die Hand vor? Tchuuu! 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 So. Ampneel machen du. Passt. Tchuuu! 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 Bis zum nächsten Mal.